Wirbelsäulen-Mobilisation Beckenkippung im Sitzen Aufrechten Sitz einnehmen Die Sitzbeinhöcker befinden sich an der vorderen Kante der Sitzfläche des Stuhles, die Arme hängen entspannt am Körper herab. Hüft, Knie und Sprunggelenke sind in etwa 90 Grad eingestellt. Durch die Nase einatmen und nun mit der Ausatmung das Becken aktiv nach hinten kippen, sodass die Wirbelsäule in eine Rundrückenposition gebracht wird. Mit der nächsten Einatmung wird das Becken nach vorne gekippt und die Wirbelsäule somit automatisch aufgerichtet. Diese Übung wird im fließenden, ruhigen Wechsel durchgeführt.